Wir sind alle wieder einsatzfähig und wird sich jetzt nichts dadurch groß verändern auch. Wir sind alle fit durch die Woche gekommen und hoffen, dass es morgen auch so bleibt und dann haben wir eine Position verändert im Kader und der Rest bleibt gleich. Ich kann ja nur sagen über das, was jetzt hier bei uns passiert ist, seit der Vorbereitung spielt er die Position auf der Innenverteidiger Position vor, haben wir eher auf rechts drin gehabt. Also das hat sich einfach eingespielt mit Georg Niedermeyer. Mit Tüton zusammen haben wir da jetzt hinten eine stabile Achse im Zentrum, davor Serey, Gente. Das passt einfach. Die geben sich gegenseitig Halt und man merkt, dass sich da auch Spieler gefunden haben. Und Daniel Schwab ist auch in der Spieleröffnung natürlich ein wichtiger Faktor, um auch offensiv nach vorne zu kommen. Samstag einfach, eine tolle Kulisse wird da sein. Die Leute sind sehr euphorisch und die werden uns richtig, richtig, richtig pushen. Da bin ich mal sicher und die Mannschaft wird auch zeigen müssen, dass sie als Mannschaft auftritt. Dass man Hannover jetzt unterschätzt, weil sie diese Phase haben. Ich glaube, das wäre ein völlig falscher Ansatz und glaube, ich würde uns nicht gut tun. Die letzten drei Spiele haben sie jeweils im 1-0 verloren. Also da waren sie auch knapp dabei, in Führung zu gehen. Gegen Augsburg hätten sie auch nicht verlieren müssen. Da haben sie kurz vor Schluss auch noch Torchancen gehabt. In Dortmund kann man mal 1-0 verlieren. Ich glaube, das ist jetzt kein wahnsinnig besonderes. Aber dass die Mannschaft auch Qualitäten hat, das ist ja klar. Und dadurch zu sein, dass wir viel arbeiten, dass wir gut in die Zweikämpfe kommen, dass wir laufen, mehr laufen wie der Gegner. Und das wird auch der Schlüssel für dieses Spiel sein. Sie werden sicherlich defensiv stabil sein, werden defensiv gut arbeiten, werden versuchen, uns in der Vorwärtsbewegung zu erwischen, dass wir Konterspiel dann auch aufziehen. Und da haben sie schon, ich denke, mit Sobic vorne jetzt auch einen guten Stürmer, der da sicherlich auch mal gefährlich werden kann. Und man sollte sie nicht aus dieser Umklammerung rauslassen. Das wird dann wichtig sein. Wir wissen auch heute nicht, wie Hannover 96 spielt, was sie personell auf den Platz bringen. Sie haben eine Sperre, sie haben jetzt eine doppelte Sperre, Almeda auch noch nachträglich gesperrt worden. Ein Mittelfeldspieler ist gesperrt, haben ein paar Verletzte im Training. Wäre es zurückgekommen, wer nicht. Also das wird sehr, sehr offen sein. Aber klar ist auch, die werden um ihre Chance kämpfen. Die werden versuchen, uns das Leben schwer zu machen. Und darauf müssen wir vorbereitet sein. Hannover pfeift aus dem letzten Loch, wie man ja so schön sagt. Die Tabellenletzter sind 14 Punkte. Für die geht es um alles. Wenn die Samstag verlieren, sind sie gefühlt abgestiegen. Der VfB muss also wirklich aufpassen, dass er das Momentum für sich behält und von Anfang an zeigen, wer hierher im Hause ist. Die Qualitäten, die die Mannschaft hat, auf den Platz bringen. Und dann glaube ich auch, dass es ein Sieg wird. Nicht unbedingt vielleicht hoch. Kann auch gut sein, dass es relativ knapp wird. Hannover fängt nicht viele Tore. Die haben eine gute Abwehr. Aber der VfB wird das Spiel für sich entscheiden. Musique Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020